Hallo, mein Name ist Tom und wie mir zu Orn gekommen ist, wünschen sich ganz ganz viele Leute Videos von mir, neue, und da mache ich doch gerne eins für euch. Mein Problem ist, ich kann leider keinen Guide über irgendeine Inni machen, der Tower wäre ja eigentlich an der Reihe, weil ich gerade nicht so wirklich aktiv spiele und wenn, dann nur so ein bisschen zum Spaß. Zum Beispiel habe ich mir hier so ein Gunner mal gemacht, die neue Klasse, und ja, einfach so ein bisschen just for fun, mal ein bisschen rumballern. Und da komme ich auch schon zum Thema vom heutigen Video, und zwar geht es darum, wenn ich den jetzt fertig hochgelevelt habe, wie kann ich da Gruppen finden, um hier mit meinem Gear weiter voranzukommen. Ich kriege ja das geeignete Gear, wenn ich Level 65 erreicht habe und da die ein oder andere Quest erledigt habe, und dann muss ich mich natürlich fragen, wie komme ich jetzt weiter voran, wie komme ich an die nächst bessere Ausrüstung. Dazu haben wir ja den Level 65 Guide Part 3, wo das alles so ein bisschen erklärt wird. Ich habe hier das gemacht, was ich machen konnte, ich habe mir den Gürtel aus dem Verlies geholt, ich laufe regelmäßig Tarnlichtung für hier ein bisschen Schmuck und so, aber schlussendlich bleibt halt trotzdem noch hier so ein bisschen geeignetes Zeug über, und vor allem rüstungstechnisch komme ich nicht weiter voran. Der Grund dafür, ich werde einfach nicht in die Gruppen eingeladen. Also, eigentlich wäre jetzt ja Orca Hard Mode dran. Orca Normal Mode, das geeignete Gear ist ungefähr so gut, wie das Normal Mode Gear auf plus 10, wenn es perfekt gerollt ist. Und das ist es absolut überhaupt nicht wert. Da muss ich ja unzählige Meisterwerksrollen investieren, ich muss sogar ein bisschen Meisterwerks Alca Hest investieren, und das bringt es überhaupt nicht. Also, das Gear kann man total überspringen. Ganz ehrlich, also jeder, der mir sagt, ich soll mir Normal Mode Gear besorgen, dem würde ich am liebsten eine klatschen, das ist reine Verschwendung. Das geeignete ist wirklich extrem stark, drum direkt Hard Mode, fertig, Schluss. Und jo, wenn ich mich jetzt so mit diesem Setup hier bewerbe für Orca Hard Mode, gucken die Leute das hier an, ne? Sie sehen Kruxe, sie sehen keine Niviote, sie sehen vier Teile geeignetes Gear, sie sehen zwei Teile Schmuck geeignetes Gear. Die Brosche ist nicht, was sie sein könnte, die Unterwäsche ist nicht golden oder blau, sie ist nur grün. Und man kann hier ja auch noch sehen, ob man Neuling oder fähig ist, also weniger oder mehr als zehnmal eine Inni gelaufen ist. Und das schaut natürlich auch so ein bisschen traurig aus hier. Ja, Schlund ist das Einzige, was ich fähig habe, und dies auch nur dank dem lieben, lieben Random Tool. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was da für Run Spy rauskommt, das ist eine absolute Katastrophe. Aber ich habe keine andere Wahl, weil ich nirgendwo mitgenommen werde. Rand des Abgrunds, das geht noch, weil das halt eine Zehner-Inni ist, da interessiert es gar nicht so, wenn der eine dann ein bisschen schlechter ist oder schlechter sein könnte. Aber hier zum Beispiel Schlund, ne? Diris mit Bums, wenn das jetzt noch nicht voll wäre, ich könnte mich bewerben, ich hätte keine Chance da reinzukommen. Der würde mich untersuchen, der würde sagen, nee, zu niedrig, so giermäßig halt, ne? Oder auch hier Orca Hard Mode, die suchen jetzt keinen Damage-Dealer mehr, aber ich hätte so sowas von keine Chance, so richtig, absolut keine Chance. Und ich denke, es geht halt ganz vielen so, dass sie hier das Spiel anfangen, leveln, vielleicht alleine, vielleicht mit einem Kumpel oder so. Und ich denke, das macht schon richtig Bock und so, ne? Man geht die Inis, läuft die durch und so und dann ist man 65, man guckt vielleicht, was man jetzt so tun kann, ne? Man besorgt sich eben vielleicht hier so ein Gurt aus dem Verlies oder so, ne? Und dann will man eben mal so ein bisschen die schwierigeren Inis laufen, Orca Hard Mode, Luftschiff, Normal Mode und so weiter. Und man merkt einfach, man hat absolut sowas von keine Chance, ne Gruppe zu finden. Und ich denke, das ist echt sehr, sehr nervig für viele. Also ich reg mich da gerade total drüber auf und ich habe eigentlich schon gar keinen Bock mehr hier, diesen Charakter zu spielen. Drum, die Lösung ist eigentlich ganz, ganz einfach. Man muss, oder nicht man muss, aber sucht euch einfach ne Gilde oder ne Community oder wirklich viele, viele Freunde oder so. Weil alleine läuft das einfach nicht. Also, ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, man kommt nicht in die Gruppen rein. Was soll man denn sonst tun, als sich irgendeine Community, in der Regel in Form einer Gilde, zu suchen, wo man halt ein bisschen loyaler und sozialer innerhalb der Gemeinschaft ist und dann auch mal jemanden mitnimmt, der halt Neuling ist und die Inie noch nicht spielen kann und noch keinen Gier hat und so weiter. Sorry. Dann zeigt man dem das, wie das ungefähr funktioniert und er lernt die Inie, er kann seinen Gier bekommen. Und drum, das ist so die, die Art und Weise, wie man das macht. Also man sucht sich eine Gilde und dann hat man Leute, um eben die Inie zu laufen. Jetzt gibt es aber bestimmt viele Leute, wie ich auch gerade, die einfach keinen Bock auf eine Gilde haben, weil sie halt sehr unregelmäßig spielen vielleicht oder, keine Ahnung, jetzt sind Sommerferien. Vielleicht geht man dann drei Wochen weg und wenn man jetzt zwei Tage in der Gilde ist und dann ist man drei Wochen weg. Wenn du zurückkommst, wirst du nicht mehr in der Gilde sein. Da lohnt sich sowas auch nicht. Ja, es gibt ja viele Gründe, warum man keine Gilde haben möchte. Vielleicht möchte man einfach auch nur so eine Ego-Gilde haben, um hier vier Bankslots zusätzlich in der Gildenbank zu bekommen oder so. Also da sind ja viele Sachen denkbar und wenn man jetzt wirklich sagt, ich will keine Gilde haben, wie finde ich dann eine Gruppe? Und dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig und eben in genau der Situation bin ich gerade. Ich denke, die einzige Möglichkeit, die noch bleibt, ist einfach selber eine Gruppe zu eröffnen. Also ich möchte jetzt mein Gear, das heißt, ich gebe hier ein Orca-Hard-Mode oder Luftschiff-Normal-Mode und ich suche noch alles, also Damage-Dealer und so weiter. Wenn ich das jetzt so abschicke, können die Leute mich zwar immer noch untersuchen. Sie sehen dann hier, ja, ah, der Gunneroni sucht da nach Leuten, dann untersuche ich den mal, Gunneroni. Und dann sehen die, oh, der ist ja voll scheiße, nee, da will ich nicht joinen. Das heißt, die Probleme bleiben eigentlich, aber wenn man selber so eine Gruppenanfrage startet, dann hat man doch bessere Chancen, weil viele denken, ja, der wird ja schon, der kann das Tool benutzen, der wird schon wissen, was er tut. Also das Tool hier, das LFG-Tool meine ich. Und des Öfteren wird man tatsächlich nicht untersucht, wenn man so einer Gruppe beitritt. Einfach, weil man vielleicht froh ist, dass gerade jemand sucht und, ja, dass man da halt dann irgendwie eine Chance hat, in eine Gruppe zu kommen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es bewerben sich halt viele, die schon, das ist ein bisschen Arsch betont hier, das Bild gerade. Es bewerben sich entweder viele, die schon plus 12 oder mehr haben. Dann kann man, ja, da wird man wie durchgezogen. Oder aber es bewerben sich sehr, sehr viel Gleichgegierte. Also auch so Leute wie du gerade, die halt noch geeignetes Gier haben und so weiter und so fort. Und die noch, ja, ich sag mal böse, keine Ahnung von der Innie haben. Und, ja, ich meine, warum nicht? Wenn du jetzt wirklich neu im Spiel bist, warum solltest du durchgezogen werden? Das ist doch langweilig. Also, ich finde, man kann durchaus hier 5, 6 mal, 7 mal in der Innie wipen und dann so die Sachen lernen, die halt im Endgame relevant sind und die im Levelbereich überhaupt nicht zur Geltung kommen. Ich sag mal so Stichwort iframe, dodgen und so weiter. So Sachen halt. Das lernt man im Levelbereich ja überhaupt nicht. Ja, also, man kann ja auch selbst, wenn man selbst kein Gier hat, eine Gruppensuche starten und sagen, ich möchte gerne nur Leute, die plus 12 oder mehr haben, damit ich wirklich aktiv durchgezogen werde. Oder ich kann ja auch sagen, ich möchte Leute, die nur geeignetes oder Normal-Mode-Gier haben, damit wir das so richtig erfahren können, als wäre es Patch-Day oder so. Kann ja jeder machen, wie er will. Aber eben, das Ding ist einfach, es ist eigentlich die einzige Möglichkeit noch, selbst eine Gruppe zusammenzustellen, neben dem, dass man natürlich schon versucht, immer irgendwo beitreten zu können. Ja, und wie gesagt, ich reg mich da total drüber auf, dass ich nirgendwo mitgenommen werde. Ich sag dann natürlich auch, hey, hör zu, mein Main-Gier hat 100 oder 150 Runs und ich kenn die Innie und ich weiß, wie der Hase läuft und so weiter. Du kannst mich mit gutem Gewissen mitnehmen, aber du hast sowas von keine Chance. Und drum schauen wir uns doch einfach gerade mal an, wie das denn ungefähr so ausschaut. Wir fangen an mit der zweiten Run in Orca-Hard-Mode, die dieser Charakter hier gemacht hat, also ich mit dem Gunner. Und wir schauen uns nur die Bosse an, ich kommentiere das auch nicht, ich lasse es einfach so ein bisschen durchlaufen. Und danach schauen wir uns Luftschiff-Normal-Mode an, die allererste Run, das kann man auch daran erkennen, dass da noch so kommt, entdeckt dieses und dieses Gebiet und Achievements und so weiter. Und wie wir erkennen, dass ich 150 Runs oder wie viel auf Main habe, das scheint sich ja tatsächlich auszuzahlen. Und da das geeignete Gear nicht irgend so ein Abfallteil ist, sondern wirklich Normal-Mode plus 10 ungefähr, vielleicht auch plus 11, ich weiß es jetzt auch nicht so genau, und wirklich perfekt gerollt und so, und der Gunner sowieso scheiße OP ist, machte ich gar nicht mal am wenigsten Schaden da in der Gruppe, obwohl so ziemlich alle anderen irgendwo zwischen plus 12 und plus noch mehr, aber dafür PvP-Ausrüstung und so weiter sind. Es ist sogar so rausgekommen, dass der komische Gunner irgendwie noch fast am meisten Schaden gemacht hat, ganz knapp zumindest. Und ja, trotzdem werde ich nicht mitgenommen, aber alle anderen vier in der Gruppe da, die wären mitgenommen worden, weil da einfach eine schöne plus 12 steht. Aber ob sie spielen können, das kann man halt nicht nachgucken. Ob sie eben diese 150 Runs auf dem Manger haben, das kann man auch nicht nachgucken. Drum gehen die Leute halt wirklich nur bei und sehen hier, ah, scheiß Gear, überall Neuling, wird ein Kacknoob sein, den will ich nicht dabei haben. Und ja, man denkt sich dann so, ja, bist du mit dem Gear geboren, hast du das rausgeschissen oder wie, oder musstest du das nie farmen? Was ist da los, Mann? Du wärst auch froh, wenn du jetzt in meiner Situation wärst, wenn du mitgenommen würdest. Aber ganz ehrlich, da muss sich jeder wirklich mal selber überlegen. Wenn man jetzt mühsam sein Gear gefarmt hat und den ganzen Zirkus da mitgemacht hat, dass es halt schwierig ist, Gruppen zu finden. Wenn man dann sein Gear endlich mal hat und die x-tausend MWA zusammen hat und so weiter, alles Meisterwerk, alles plus 12 und so weiter oder noch besser, vielleicht sogar dann schon Erschöpfer und so, dann hast du auch keinen Bock mehr mit Neulingen zu laufen, die in der ersten Minute des Kampfes dreimal sterben. Das kommt dir so vor, das hast du einfach nicht verdient. Da bist du einfach zwei, drei Ebenen drüber und das fühlt sich komisch an. Also das willst du nicht. Ich meine, wenn du jetzt Schlund gehst und du hast die Wahl, du läufst mit solchen, die gleiches Gear haben wie du. Es dauert, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Minuten oder so. Oder du nimmst zwei mit, die wirklich neu sind, mit geeignetem Gear und so. Dann dauert es 15 Minuten. Und warum solltest du dir das antun? Ich meine, da bist du doch drüber hinaus. Es kommt so wie ein bisschen dieser Spruch zur Geltung, Gleiches und Gleiches gesellt sich gern, oder wie das heißt. Und das stimmt so. Also, auf dem Tank, wenn ich jetzt da mit meiner Gruppe irgendwas mache, ich habe irgendwie auch nicht Lust da, die totalen Kacknumps durch Schlund zu ziehen und dann geht es einfach drei, vier, fünf Minuten länger. Obwohl, ich meine, die Zeit tut niemandem jetzt groß weh und so. Das kann ja auch ganz lustig sein. Aber trotzdem, man will das nicht, irgendwie. Selbst ich nicht unbedingt. Ganz ehrlich, obwohl ich mich als einer der sozialsten Spieler in diesem Spiel bezeichnen würde, was gar nicht so schwer zu erreichen ist. Es ist halt so, ich weiß auch nicht. Man hat ja als Gruppenleiter oder als Typ, der halt so eine Gruppe sucht, immer das Recht, die Gruppe so zu gestalten, wie man will. Ich meine, es kann dir doch niemand vorschreiben, dass du Kacknumps mitnehmen musst. Und, ja, dann tut man das halt. Ich meine, es gibt Leute, die machen da Schuppe Locked Runs oder sonst was Locked Runs. Und da hast du einfach kein, da kannst du mitgehen, wenn dir das egal ist. Aber für mich zum Beispiel, ich gehe da nie mit. Also, ich finde das total behindert, wenn ich laufe und mitarbeite, dann will ich auch den Loot haben und so. Aber die Leute dürfen das tun. Also, ich habe da nichts dagegen, wenn Leute Locked Runs machen. Und so kann man eben auch schreiben, dass ich nur plus 12 bis plus 15 dabei haben will in meinem Schlunden Run, damit es einfach schneller geht. Und das muss man schon auch verstehen. Man fühlt sich total gearscht, wenn man eben jetzt hier mit geeignetem Gear 965 ankommt, keine Gilde hat und so. Dann hat man wie keine Chance, mitgenommen zu werden. Aber es ist das gute Recht der Leute, ihre Runs so zu gestalten, wie sie halt wollen. Und das müssen wir alle so ein bisschen einsehen. Ja, und ich denke, ich bin jetzt auch so ein bisschen eine Ausnahme. In der Regel, wenn ich einen Twink hochziehe, dann habe ich von meinem Main her schon eine Gilde. Ich habe Leute, mit denen ich laufen kann. Und diese Leute ziehen dann meinen Twink schnell zweimal durch und so. Und dann habe ich Gear und dann ist gut. Und dann habe ich diese Probleme erst gar nicht mehr. Und drum, die Leute, die wirklich so alleine sind, vielleicht noch gar keine Gilde und so weiter haben, geeignetes Gear haben und da mal anfragen. Da ist es schon so, dass so 98, 99 Prozent, die können nicht spielen. Die haben gelevelt, die haben ihre, wie heißt das nochmal, Avatar-Waffen da nachgeschmissen bekommen und haben einfach alles gewoneshottet. Sie haben keine Ahnung, was ein I-Frame ist. Sie wissen nicht, was Dodgen ist. Sie haben ihre Rotations, wenn sie überhaupt da irgendwas sich überlegt haben, nur so gestalten, dass da einfach möglichst viel Damage gefahren wird. Und so kommen sie dann, so wie ich jetzt zum Beispiel, wollen Orca Hartmut gehen und nutzen hier zum Beispiel beim Gunner diese Rolle des I-Frame dazu, um da Splitterschuss, das Cooldown zu resetten, um dann noch ein bisschen mehr Willenskraft zu generieren. Und dann merken sie, oh, ich kann ja gar nicht mehr I-Framen, weil ich ja meine Rotation voll auf Damage und so weiter ausgelegt habe. Und das ist halt einfach so ein bisschen schade, dass man während des Levels wirklich überhaupt nichts zu spielen lernt. Zumindest nicht, weil sie im Endgame relevant ist. Gut, so ein bisschen vielleicht schon, aber doch nicht so richtig. Und, ähm, ja gut, wenn ich die Inis jetzt schon wirklich gut kenne, weil es nur ein Twink ist und so, dann kann man sich noch durchschummeln. Ich denke, das sieht man ja auch hier im Video, was läuft. Also ja, bestimmt nicht perfekt gespielt. Also ich denke, es ist sogar schlecht gespielt, was wir hier sehen. Aber ich zeige das einfach, weil eben ich muss nicht fünfmal gerätzt werden innerhalb der ersten Spielminute. So, drum möchte ich das so ein bisschen zeigen. Aber ja, ähm, in der Regel ist es eben schon so, wenn ich einen mit geeignetem Gear mitnehme, der stirbt wirklich. Der stirbt dreimal in der ersten Minute. Das ist so unglaublich. Und, ja, das ist aber wirklich, wirklich, äh, dafür verantwortlich, dass man dann eben alle in eine Schublade wirft. Also wirklich, man nimmt an, die haben alle, das sind alle Neulinge, die haben alle kein Skill, die mit geeignetem Gear rumlaufen. Weil die, die wirklich Twinks sind, die würden mit ihrer Gilde laufen. Also so in der, so, ne. Aber ich finde das sehr, sehr schade fürs Spiel auch, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig bockt zu leveln. Da bist du 65 und dann merkst du, du wirst nicht mitgenommen. Da hast du einfach gar keinen Bock mehr zu spielen. Und da habe ich mich gefragt, ob man von der Entwicklerseite da vielleicht auch irgendwas tun müsste. Aber man kann ja nicht sagen, dass es irgendwie ein Riesensprung ist von, von, von der Anforderung her, wenn man 65 ist. Also gut, ich habe jetzt gesagt, man soll mit geeignetem direkt in, in, in den Hard Mode rein. In Orca oder dann Luftschiff, Normal Mode. Das finde ich ein bisschen fail, aber dafür verantwortlich ist, dass das geeignete Gear einfach zu stark ist. Weil man sollte natürlich als Neuling schon erstmal in, in Orca-Normal Mode gehen, um die Inni kennen zu lernen. Das ist ja eigentlich klar, aber das Ding ist einfach, es lohnt sich nicht, das Gear da rauszuholen und das zu plussen. Weil das geeignete einfach zu gut ist. Aber ja, das finde ich ein bisschen fail. Aber ansonsten, von der Anforderung her, ich meine, du hast ja Kanäle Schlund, super easy, kriegst du hin, kannst auch über das Random Tool laufen. Hast du Orca-Normal Mode, so ein bisschen schwieriger, kannst die Inni kennenlernen. Und dann hast du halt Orca-Hard Mode, wo es dann erstmal richtig zur Sache geht. Und ich glaube schon, dass das eigentlich eine schöne, flüssige Progression ist vom Schwierigkeitsgrad her. Aber es sind halt eher die Leute, die Gruppen suchen oder Gruppen bilden, die dann halt schon krassere Anforderungen haben. Ich meine, gerade jetzt, der Content ist schon zwei oder drei Monate jetzt draußen und man nimmt an, dass die Leute halt das Gear haben. Denn, wenn ein Patch neu ist, dann wird eigentlich so praktisch jeder mitgenommen, weil halt jeder noch keine Ahnung hat und man erstmal einfach so ein bisschen lernen will und haut sich eine komplette Kristallbindung rein und dann vibet man halt so ein paar Mal. Passt schon. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, da, wenn du schon lange spielst, da hast du einfach keinen Bock mehr, dich mit Noobs abzugeben. Und da willst du hier, zack, zehn Minuten durch, fertig, Schluss, so in Orca-Normal-Mode und so. Und auf alles andere hast du einfach keinen Bock mehr, ne. Und drum ist es wirklich sausauschwierig, hier Gruppen zu finden. Aber, wie gesagt, ja, wenn, wenn, wenn du jetzt auch in der Situation bist, dass du keine Gruppen findest und, äh, dich jetzt hier durchkämpfst, du wirst merken, später, wenn du das Gear dann hast, wirst du selbst auch keine Lust haben, dich mit Neulingen abzugeben. Und die, ich sag's jetzt halt nochmal, weil das wirklich so vorkommt, sehr, sehr oft sogar, dass man halt wirklich innerhalb der ersten Minute dreimal retzen muss, weil die Leute wirklich nichts auf dem Kasten haben. Ja, und, äh, so die wenigen Ausnahmen, die, äh, wirklich mit Twinks hier kommen, die es gut können und so, denen man das aber trotzdem nicht ansieht, die sind wirklich, wirklich selten und davon ist halt nicht auszugeben. Drum, ja, nochmal so, das Eigentliche, die, die Tipps waren ja nur zwei eigentlich, wie findet man eine Gruppe, ist einfach eine Gilde, also man, man muss schon eine Gilde suchen. Und die Systemgilde zählt natürlich nicht, ne, das ist ja gar keine richtige Gilde, das ist ja nur so, damit man bei der Allianz mitmachen kann, schon so eine richtige Gilde und da muss man jetzt schauen, dass man da mitgenommen wird, dass die Leute einem das erklären, was da so geht in der EMI und das andere eben, ja, natürlich immer, immer anfragen, immer versuchen, vielleicht hat man mal Glück und ansonsten versuchen, selbst eine Gruppe zusammenzustellen, was aber auch ein bisschen schwierig ist, ein bisschen neue Lotterie ist, wer da kommt und ob die dann auch in der Gruppe bleiben, wenn sie sehen, dass da einer noch mit geeignetem hier ist. Okay, das war jetzt nur Gequatsche und so, ich weiß nicht, wie das so ankommt, ob euch das gefällt oder nicht, ob ihr noch so ein, zwei Videos dieser Art sehen wollt. Schreibt es mir einfach in den Kommentaren, ob euch sowas auch gefällt oder ob das besser das letzte Video dieser Art sein soll und dann sehen wir uns bestimmt wieder beim nächsten Video. Ich lasse hier die Runs noch laufen von Orca und Luftschiff, einfach nur die Bosse so, damit es ein bisschen kürzer ist. Das macht den Originalton an, war da mit ein paar Leuten im Teamspeak, den Gamesound kann man, glaube ich, irgendwie fast gar nicht hören, der war ziemlich, ziemlich leise. Aber ja, könnt ihr euch das mal anschauen hier, wie meine ersten Runs ausgesehen haben. Und wenn sich auf Kaidun ein Gatteroni bei euch bewirbt, dann könnt ihr den ja vielleicht mitnehmen das nächste Mal. Das wäre doch was. Okay, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schüttelt. Oh, Damage-Fast. Lustig. Ich habe keinen Marner. Huh? Okay. Ja, scheiß, du mach rein. Neu da, Alter. Ja, Alter, ist gut, bitte zu den. Den neuen dreht er sich zu den da, Akku-Auf. Nein. Nein. Sag dir schon was, ich bin dumm. Nein. Nein, er ist schon entdeckt. Nein. Ach, voll Druckattack. Geht auch so. Nein, nein, nein. Woah, nein! Woah, scheiße. Jetzt kann ich mich wieder ziehen. Ich mach noch die Bogenblut. Ah, Pogel auf Teile. Oder auf Geziel. Scheiße. Scheiße. Ich mach mal Vogel. Damage Phase. Die Musik ist mein Holz. Mein Glühre. Mein Glühre. Ich geh nicht hin. Schaut aus. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Geht doch nicht. Kava. Also.. I'm fine.. I gotta take it.. Take it. I guess.. I'll say. At least.. He'll say.. What is that? I guess.. I'm sorry Okay.. Was ist die Hölle? Ja, ich kann das immer nicht sehen, wir einfach nicht lochen. Was? Ich glaube, der Foto-Ding soll jetzt nicht überraschen. Hat ich das mir am Anfang gesagt? Das hab ich euch am Anfang auch gesagt. Ich hab grad keinen Burst-Damage ready. Ja, ist durch. Ich bin schon auf die andere Seite. Ich bin schon auf die Handrage. Fuck. Ach du Scheiße. Oh, Segen. Sehr gut. Kann ich hier mal die Ablo nehmen, damit ich mal Ball das reinknallen kann? Jetzt geb ich ihm... Zu wenig Damage noch. Ach, gut auch. Easy. Vielen Dank. Danke-Ding. Der Kreis war aber früher nicht da, oder? Doch. Nee, nee, der Große nicht. Echt ich? Wir haben sie erst. Ich hab mich gar keine Frage, was ist das? Größeren Festschein. Ich glaube gar nicht, dass die Mobs die Skills anzeigen. Aber auch die Fläche, wie gesagt. Nein, Thomas holt jetzt alles ein bisschen einräumen. Der verwirrt mich voll, den mag ich nicht. Ich will den wieder weg. Das wäre verwirrt, der Boss. Ja, der Kreis, der geht ja rundum, aber das macht nur Schaden nach vorne. Wie früher halt. Ja, aber wenn der Kreis ist, dann hab ich Angst. Ich weiß nicht, ich kann nicht von unten zuhauen. Ich bin der Kreis. Ich bin der Kreis. Ich bin der Kreis. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh Scheiße, das ist ja nur einmal. Oh Scheiße, das ist ja nur einmal. Oh, das ist ja nur. Oh Scheiße, das ist ja nur einmal. 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 Oh Scheiße. Oh Scheiße, das ist ja nur einmal. Oh Scheiße. Oh Scheiße, das ist ja nur einmal. Oh, scheisse Scheisse! Aber Es ist aber wirklich viel schwerer zu sehen als mit Lens. Anders. Ja, ne, weil die Damage zahlen alles und halt die Leute hier, voll viele Leute hier. Das blickt voll die Sicht. Ja. Ich muss mich echt konzentrieren, um zu sehen, auf welche Richtung ich weiß. Das ist so gut. Was ist denn jetzt hier, wenn er mit dem Scheiß kommt? Was, Secondary? Ja. Ja, alles. Ja, dann musst du halt zur Seite dodgen. Das kann dir nicht an sein. Das muss nicht so schnell. Hm, dann musst du eigentlich die Phasen machen. Kann mein Turret die Agro nehmen? Bitte? Na, wenn es einhintankt, oder was? Ja, vielleicht, wenn er den tot hat, weiß er nicht mehr was er machen soll. Hab ich mir gedacht. Achso, ja, keine Ahnung. Tschüss. 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 Ja, ich geh fremd jetzt. Okay. Betrüge dich. Mach doch was du willst. Okay, dann löse ich den Nähervertrag morgen auf. Ich war vor dem Boss, das hätte ich jetzt gesehen. Ich schicke dir dann den Ring. Ich will ihn nicht mehr. Das ist scheißegal. Die Kinder kannst du nicht behalten. Haha. Nein. Ja, klar. Nein. Also unnötig. Ciao. Okay, bis dann. Na ja, klar. Okay, okay. Oh. Oh. Ich hätte wohl doch springen sollen. Gibt das? Gibt das? Ja. Ja. Dabbel. Wie kannst du das sehen? Ich sehe nur Gemüse da. Ey, lol. Hat er jetzt kein Dabbel gemacht? Ach, scheiße. Ey, du musst nur wissen, mit welcher Hand er anfängt. Mit welcher Seite. Ja, aber... Selbst wenn du von vorne guckst, ist es bei dir umgekehrt. Was ist das mit der Fläche? Das kann ich dann schon... Warum hab ich jetzt die mal verschwunden? Der Tank ist am verrecken. Ja, dann verstehe ich halt irgendwie auch verrecken, halt. Ey, was willst du denn? Du lebst doch. Mein Gott. Ich kann dich links und rechts gleichzeitig. Ich tue mir leid. Ja, lässt du die eben verrecken? Leche, okay. Tank zu. Das ist egal. Fuck! Scheiße, ich wär fast gedatscht. Oh, scheiße. Das hab ich jetzt alle... Alle... Alle Dinge hier. Ich hab da leid. Da hab ich Secondary und dann macht er Kreisen. Das ist doch... Gut. Jetzt hab ich natürlich keinen blauen Kreis. Fuck. Das ist der Double, ne? Mhm. Ich seh's anhand dessen, was er vorne macht. Die Schwester ist echt schwer zu sehen für mich. Die Schwester ist echt schwer zu sehen für mich. Denke... Ja, ich guck einfach... Weg der Linkse. Ja, aber ich will mich da... Mein Mane ist ja tankig, ich will mich da gar nicht verwehren lassen. Ich weiß nicht. Mit links und rechts. Mit links und rechts. Wenn er so nach hinten fliehen aufkommt, das geht ja. Blech. Ja. Es ist mit deinem Tank. Spielst du ja? Ja, ja. So wähle ich's noch nicht gerade mal. Auch. Auch. Super. Schon wieder, ich hab die blauen Kreise und dann macht er hier. Und immer, wenn er wirklich Secondary macht, find ich's. Wie viel Prozent kann ich mit Baldas weghauen am Schluss? Wisst ihr das? Die Handfragen. Der kennt mich. Kann er sehr gut aus. Was? Lächeln. Er ist schon noch drei. Glauben die, glauben die, glauben die, glauben die. Glauben. Glauben. Also auch noch was. Ja. Lächeln. Auch Segen. Jetzt gucken wir die Läden. Oh, Segen, wirklich. Lächeln. Die Fläche hat mich eben nicht erwischt, ich weiß nicht mal. Jetzt hab ich's jetzt nicht mehr bütend. Die Leute, die Scheinabzeige jetzt. Oh, warte, ich mach den jetzt weg. Oh, sorry. Oh, fuck. Zwei Prozent. Yay. GG.